Was ist der Abfallprodukt der Frucht-Maisgewinnung? Maisstroh ist eigentlich ein Abfallprodukt der Frucht-Maisgewinnung. Die Gleisdorfer Künstlerin Irmgard Eichselberger hat sich darauf spezialisiert, dieses scheinbar wertlose Produkt zu aussagekräftigen Kunstwerken zu formen. Die Werke von Irmgard Eichselberger spiegeln die Vielschichtigkeit des Weihnachtsgeschehens wieder. Volkstümliches Brauchtum, religiöse Rituale und biblische Ereignisse überlagern sich und finden in ihren Kompositionen Einschlag. Turmbläser Mettengang Neujahrsgeiger Das Geburtsgeschehen Anbetung durch die Könige Die Flucht nach Ägypten Im Krippenmuseum am Birgelhof findet sich ein umfassendes Oeuvre der oststeirischen Künstlerin. Für Jesus war kein Mensch zu gering. Er war immer ein Freund der Armen und Ausgestoßenen. Die Einfachheit des Materials kann man als Symbol dafür sehen. Musik 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 Musik